Musik Samstagabend tobten auf dem Marienberg eine Vielzahl von Damen durch die Nacht. Den Frauentag nahm sie zum Anlass, einmal fast ohne Männer zu feiern. Ausgelassen und kein bisschen leiser. Musik Meeting Point war für euch mit der Kamera auf der Party unterwegs. Hier sind die Stimmen vom Abend, hier sind die Eindrücke der Nacht. Musik 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 Kuhle Sache. Wie gefällt dir die Party heute? Was? Hey, hi. Du siehst ja fast genauso aus. Es fällt mir gar nicht auf, dass ihr getauscht habt. Blond ist blond, ja. Schon nicht schlecht. Wie gefällt dir die Party heute? So weit ja gut, ja. Geht noch irgendwas? Na, weiter tippst du, oder nicht? Wie lange wollt ihr denn noch machen heute? Noch ist der Abend, Junge. Musik Musik Fakt ist, die Mädels waren textsicher, klatschten enthusiastisch mit und fegten über die Tanzfläche. Die Barkeeper sorgten derweil für ausreichend Flüssignahrung und für das Auge waren eigens mehreres Tripper vor Ort. Musik Was bestellen die Mädels denn heute am liebsten? Was geht denn am besten? Hugo! Hugo! Gab es schon sexuelle Übergriffe hier an der Bar oder ist noch alles friedlich? Na ja, ich hatte schon den Schein in der Hose. Ja, sehr gut. Aber mein Ten wollen so oft nüpfen, aber ist noch alles okay. Musik Bist du jetzt nicht schnell genug weggekommen? Ja. Das ist ja blöd, ja? Haben mich deine Mädels im Stich gelassen? Ja. Wie gefällt dir die Party? Ja, ist ja nicht gut, aber wir waren gestern schon im Gehölz und haben wir besser. Das darfst du jetzt nicht sagen, also das ist ja blöd. Ich kann mich nicht, könnte ja schneiden. Ich frage mal nochmal, wie gefällt dir die Party heute? Super! Viva, Viva! Wie hat euch denn der Stripper gefallen? Der erste war besser, aber der zweite war nicht schlecht. Der zweite war ein bisschen jung. Junges Gemüse hier auf der Party. Ja, zu jung. Aber ist ja einer der wenigen Männer hier. Macht das überhaupt Spaß, ohne Männer zu feiern? Junges. Ja. Ja.